was willst du mir erlauben warum brauchst du in so einer lage deinen kassenbuch an der quiz angenommen wie boah ich gebe dir gleich war dich selber doch 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 ja da ist das schon einkaufen weg mit dem zeug damit damit ich bin ein handwerfer jetzt zauberfeuer schauen brauche ich doch gar nicht ich glaube ich auch die ich gerne so follow your feed so ein schad auf der e-block we have relied on the power of our shard for ages was assuming the others were lost and it seems only tapping into a fraction of its potential we will need to use them together if the void does not consume us first was ist die lehre das sind diese später eigentlich die leute sind zu alt gott soll man nicht auswisten lässt das platz plus vier werden gotten in dem vergötzen vorgesehenen welt hier ausgessen verleihen sie deinen charakter boni und von dem kreis kannst du zuhört sich kürzen stopp aber gemein götzen erwarte mal kann man da ich sehe gerade wir haben materiale mental hier kann man lange übertragen einpacken und statt hier in das ding reinzupacken die ganze materialien hier diese ganzen später und sie klüfen also was ich kann man einfach per knopfdruck hier in so eine tasche reinpacken anscheinend meint ihr hier material übertragen ja kann man die alle da rein dann gehen einfach automatsch da rein da muss ich da gar nicht einlagern ich habe die ganze zeit eingelagert war er voll praktisch ich habe die ganze zeit eingesammelt irgendwie dann hier reingepackt da kannst du ja direkt aber wenn du unterwegs ist kannst du ja reinpacken dann gehe ich mal kurz zurück und guckt mir fehlt für die quest was jetzt nicht was mir da fehlt ich habe auch nicht gemacht ja mit den leuten gerät habe ich doch intensiver wieder raus klicken da ist wir legen ein paar katzen am boden magst du mann die nähe nach betäubungsdauer chance auf den zimmern gegner blitzwiderstand die muss ja also reinpacken aber haben wir keinen platz sie sind wie so tetris blöcke gehe ich mal da einen schnell eingabe von außen war ich der letzten gott hat adam und ehefe erschaffen nicht adam und wo ist die blöde quest der typ blick hier noch am boden ich werde ihnen helfen müssen wir schon sagen wo die quest ja auch ist da ist der wurm wieder mehr götzen mehr götzen mehr götzen das haben wir die freigeschalten bei mir lagen irgendwelche irgendwie gerade welcher am boden vor dem alten mann jemand hat mir gegeben und das ganze wie so tetris glöcke da reinpacken aber ich muss die ganzen brücken wir da unterlassen noch jetzt redet er schon wieder jetzt muss ich zum ding ich habe schon wieder mit den typen geredet jetzt hat er geklappt von märten wo hat soll generat kammer ich glaube nicht über die brücke ich spiele einfach war ich weiß sowohl jetzt tor ist da schon wieder ein schild aus das blöcke ich weiß nicht gibt es hier welche ja bei mir lagen ich habe die irgendwie nicht gesehen anscheinend wir lagen die einfach so am boden vorbeigelaufen das hat mich zurück leute lasst mich zurück sollte er nur die quest ja abschließen das ist auch so ein länglichen zu zwei längliche bekommen ganz aber eigentlich reinpacken auch bald was sieben punkt bekommen ausgezeichnet nach am schaden so sturm creme beschwören zeige obwohl kann ich ja nicht sehen spürt so viel sturm creme wie es dein begleiter limit zulässige sturm kennen wirken aus der entfernung zauber standard gemäß kannst du maximal zwei begleiter gleichzeitig haben ja wo bist du da ratskammer ich bin hier und ich nicht auf der karte gesehen ich habe keine bin ich habe noch krähen jetzt irgendwann müssen wir da machen ich habe eine quest hier von den typen angenommen hier ist die quest von angenommen deswegen machen wir auch später ich meine krähen ansehen wo sind sie da ich kann die fische aus genschen impacte ich habe so ein elektroraden die krähen haben wir gesagt die krähe ist oder wo ich bin greift von aus der ferne mit zaubern und scheinen und ich kann den ja machen das bibliothek standard gemäß wird denn die erscheinen den schaden den eine dealer verursachen müssen wir sagen mit den dienerschein meiner dienah höchst der dienerschein aber kann ich nicht jetzt rausnehmen punkte entfernen will ich lieber 9 macht fertigkeiten wie tue ich das jetzt entfernt er neu verteilt habe ich gesagt wenn du ich bezahle auf jetzt werden alle punkte für diese fähigkeit entfernt ja dann will ich hier meine meine sturm creme ich da reinpacken mein gott wieder viele sachen zu haus wäre okay ist eine zauberstabe die kann aber auch kein deutsch team schätzt und dann aber wenigstens nenne ich keiner digger hermann digger voll krass ich werde dann schade werf der volkwärter mit auch angewiesen würde niemals 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 ja sie vorgesehen haben wir lp warum will ich das haben nein ich will mehr ich gucke gerade eine höhere chance gegner einzufrieren mag die sind doch elektro sind nirgends wo wo ich mehrere heißt das sturm creme so wird es noch ein bisschen ja ich finde ich muss ja irgendwo sein ich bin jetzt natürlich in punkte oder eine welle auf mir ganz auf die stelle wir ganz einen rückblick das ist einer meiner stilette aber ich kann nicht so zu eiscreme verwandeln dein komischer hund platziert denn das ist auf der stelle er hätte er mal schneller ich hört also ich finde das geht nicht dann auch erstmal mit einem rauf da habe ich aber punkte mit mir in ruhe an let's das schritt wir sind ganz mal eine attacke damit machen wir mal wolf kann ich irgendwie noch hoch wusste ein bisschen lahm ja 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 fast wie die zauberer stoffen 14 ja schon wieder eine fähigkeit das hat umbruch zerfetzt im boden in gerader linie zeit mal her weil sitz da wo der fernkämpfer war das kann ich mal nur teil zwei totes wieder hast du mir denn eine skelette beschwert auch irgendwie so mehrere symbole neben deinem charakter ein und wie viele du hast ja so ja ja na das ist auch schön übersichtlich fertig ich hab das buch holen man müsste sich das buch da holen gladius ich habe mir mal irgendwie fertig hat so hat angesammelt hast glaube ich ja das kann man nicht zum teleportieren verwenden mit einer explosion ja ja ich möchte wie man beim ranger oder so habe ich mal angeguckt die am augen sind teleport haben sich auch einfach irgendwo hinter die ranger hier der rock ja keine ahnung was hat das war ich weiß nicht mehr was deine eigene klasse ich habe mir ja noch mal das portal ist offen ich weiß dass das portal offen ist aber ich bin wieder zurück ins archiv ich habe auch hier so ein teleport wenn du krähen schon direkt wirkt wirst du und deinen krähen an den zieler teleportiert ich habe ja überall so skills in dieser sorg macht mehr schaden immer krähen also ja wo ist ja gar nicht mehr krähen haben wurde mir nicht eine belohung oder legendäre anführung der zaubertempo schon genannt sie hat sich ausweich chancen rüstung des feinds zu brechen noch mehr schaden proaktive kräger wie kriegt er ist ja schon überall angegangen eine chance hierfür achten einen stapel aspekt als sie nun wegen stunden weißheit des sturms leitern aber da kriegen könnte ich heilen ich weiß nicht wie man hier mehr bekommt ich finde dieses system halt ein wenig erschlagen er sagte jemand ich finde jetzt nicht da kompliziert ist nur alt du hast viel auswahl die alten ja das ist ja schon wieder so besteuert die man fängt die man fängt ich habe ich gefunden was ist ein relikt das läuft der zwei köpfe nicht immer geleistet sind wir ja eigentlich so wenig da wird zurück im archiv ich bin in der stadt gewesen hat gegeben darf die leben ist nicht der weg gewesen Ein Beispiel? Ja, wenn es nicht die es geht es geht es ist nicht die es geht wenn ich da ich bin es geht ich bin es ist ich bin es 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 wow gar keinen schaden moment noch nicht panion arbeitszimmer das ist ja auch was wir machen die andere was kann was tust du da war man durch gemeindeckung du hast ein lektor fertig auch hier ja davon hat mich ja fern diesmal ja ich muss nicht mehr ankommen ja die mann die wir jetzt ein elektroschock ich habe legendärs leuchten abgürtel die lebenssamen der blut ein katapult leder ist dann für den ball da habe ich den dornenschleuder legendäre stufe 12 bin ich da ja natürlich naja ist der store hier ist so ein komisches hier dieses fisch den mann kaufen kann jetzt haben kann es ja was kannst du ja machen der ist verschwunden jetzt habe ich vier tränke weil ich nie verreckt die man fängt die man fängt die man fängt jetzt müssen wir dahin da eingabe von die ratskammer so jetzt habe ich eine neue quest hier aber da muss ich die abgeben nicht erst mal zehn ein dem kassen buch hier eine belohung nach ja hier stimmt dieses altigen wirst du sagen ja handschuhe habe ich auch wenn wir sehr die gleichen du kommst habt ihr ist so mann warum nicht warum nicht ich gehe jetzt noch einmal okay schauen sich schluss 1 2 1 brechen ich habe schon eine gesuche ich habe schon ein paar aber mehr intelligenz prokrie mehr vögel um mich herum welchen intelligenter ich finde ja nichts bockern wie bla ich gebe gleich bla es muss noch etwas geben was ich tun kann ich habe die andere christian genommen ja ist nur so eine blaue question ich würde jetzt gern mal wissen was mit dem relikt auf sich hatte also ich habe irgendwie so ein ausschuss slot für relikte ok ich nicht warte mal inventar ok ich habe das ding eingesammelt aber das ist nicht in meinem moment komisch keine ahnung wo das ist egal ich habe noch zwei punkte da kommt gleich hin habe ich irgendwann wiederstand der lehrer der stock nämlich denn hier zaubert ja dann kannst du mal der chance gegner zu elektrisch elektrisier ok weiter ist ein paar sachen verkaufen oder so meine materialien reinpacken wenn ich mit dem spieler reden ich mir meine sachen verschärbeln ich drücke die ganze zeit die ganze zeit schiff drücken sowieso besser wie viele menschen haben der götze kann erst mal weg ich komme mit der hang kommen wir da ist so abhängt fünf minuten brüste das auch von der serie dem entfernen dem entfernen der bereich erhöht von dem angriff ich merke davon ist wenn ich mich auch weil ich kann das ding aktiviert haben wir diesen schreien dann ist er noch ich habe dich ein paar level mit jemandem mitlaufen wenn level 37 so ein ja heute bei jemandem mitlaufen mit ihren hochziehen und das bleibt rie Bible ganz einfach weg meine rohne der entdeckung ich habe sie entdeckt diese rohne hat direkt bei dem tabela ja ich alle eingeladen moment noch schnell aber leider ist da wo er war nein da ich habe wieder fernkampagne fest kürze des ruins nicht mit mir ja er war alte höhle nein ich wollte noch nicht reingehen ja ich muss da nicht rein ich wollte noch das zeug was da gedroppt ist nachschauen und er wir sind jetzt in der englischen spieler amerika jetzt wieder das ist echt als weg alle bewohner sie ist die mutter der anderen götter und aller lebewesen schon sagen wer ist denn diese et also mal wieder in der vergangenheit ich habe keine vergangenheit ich kriege die mal da unten aber da sind wir los damit passt sogar hin das so ein ganz kleiner den kann ich so weiter reinpacken ich schwinge mein lust wie nack so warm und täglich so wie wachs wie ein pitt ich steige auf mein treues gestehen wo der süße sah ich steige auf die rosenblau gefällt und ich muss den Joghurt auf dich streichen hm das ist so gut eh ja oh nein wir haben den Jossig packt das war leicht wenn er nicht zukunftszeug dann und dritte tinte die verletzte tippte wird für den teilen muss er noch hier so dinosaurier der war ein schocker ja ja da war das ja ja ich hätte was wer hat so er macht mich aero-lainage nicht löfte wie man Nein, geritzen, kommt her. Mein Gott, der Geräusch. Also, ein Termin. Eine geschickte Förster-Axt. Rein in die Rüstkammer. Nye wollen wir mal da kommt der boss gelaufen weil sie sind nicht am rennen gehen und die Put-On-Paw-Walking Ja Woa Was ist das? Nein, das war Ja, mit dem Feuer ja jetzt noch easy bestimmte spätestens wenn man im endgame sind mit schlangen schlag nahkampf angriff der mit 140 prozentiger chance vergiftet zu weniger schauen falls wir in der kampfschaden und eine tolle zu ursachen zusätzlich zauber schaden und mein wolf stimmen da der bolcher besteht ein blitz einer wollte ich nicht nein doch jetzt habe ich sie alle werden also möchte ich noch mal neu an sein mit den punkten ich dachte ich krieg dir einfach zurück die fertigkeit und jeder entfernte fähigstumme um 1 wir schauen meine chance für eine beitreffung zu unterkühlen jetzt möchte ich noch mal neu sammeln so ist noch etwas länger so gut hinter sprich mit der überlebenden wach in der rüstkammer jemanden in den rats kommen von den erlebnissen erreicht in unteren bezirken der hinter der rüstkammer lebt ok nein ich kann mich schnell bewegen wieder das spieler ist ja warum ist denn das spiel wenn wir hier und ihr hier zeit auf die zugreifen können was tun sie sammeln gemeinsam mit mit der erfahrung und wenn eine fertigkeit genügend erfahrung gesammelt hat kannst du hier eine weitere stufe schwingen werden ich bin hier aber nicht den herrschluss mit dem bildschirm dann ging es nicht herrschluss ich will take care of myself es ist sogar später drinnen mit fässern wir sind ja sachen drin die fitter nicht mehr es gibt ja einen grund hier sachen kaputt zu machen wer ist er werden so hat er selbst zum platz gemacht so schaffst du hat mein junger also wie ich gehe mit dem er es ist schtuck was was das schtuck 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 das ist dann schon wieder genau vom teleport punkt spiel hat spiel hat durch sich leute jetzt haben wir es geht ja voll aus der kontrolle blitz aufschaden hauern naja probier auf aus erst mal äh 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 ähm Flüchtling-Long ich höre dein Flüchtling-Long der zum nächsten Gegner schlurft er erreichte den Gegner als Türpferd bestudiert er, wodurch er den Gegner um ihn erhust Schaden, Feuerschaden zu spüren durch die Arme um ihn seiner Diener zu spüren zu spüren ich weiß nicht ob ich das drauf an das wäre will ich aber ausprobieren das klingt für meine Meisterschaft wenn die Farben ja da wird aber ok ok da haben wir irgendwas nein 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 ach ja ich habe und schlanken müssen ich noch mal nicht ausprobiert so naja dafür brauche ich ja wofür brauche ich da lanze überhaupt benutzen zu können nein nein du sollst du nicht fallen lassen du sollst du nicht fallen lassen du sollst die ausrüsten dann nehme ich ja ich weiß ja gehen wir zu den ratskammern ich kann nicht mehr mit den interagieren dann ich denke auf eine ausforderung ich denke auf eine ausforderung bestimmten date mit den anzeigen hauptmeister was labert ja okay der untere bezirk heute sind da noch immer noch ins zeitalter des rubens ja ich bin weg ich bin weg ich bin weg ich gehe weg ich bin weg man kann sogar nah man kann sogar also wenn sich gerade von den golem da muss ich mal beuhigen hier ist die hauptquest ok hey alter mann wie geht's meine bist du gar nicht vor dir fängt der körper des älten panionale ok was kam aber so ein bisschen wenn er trifft dann macht er schon schaden ja 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 okay die anderen da ist in der und meine wir machen ja ja oh oh ja mit dem später in dem splitter eingabe von ende der zeit aber geht zum ende der zeit jetzt war das ende der zeit